so hallo youtube willkommen zu einer nächsten folge von final fantasy wir gehen heute mal unterwegs zu den minen und gucken ob wir da so weit kommen in der richtung schauen wir mal so mal spiel laden es sei nicht laut oder zu laut ich glaube es zu laut so wie er war ja eine himmelsstadt was sagst du die musik ist so laut ich kann noch ein bisschen näher dran aus mikro ja oder echt so laut kam laden wir mal jetzt nicht mehr gut zu wissen diese diese mobile ich kann mal hier mal um ok ja ob wir müssen in die minen runter oder ich habe schon ein garten ja das ist ja das ist kein mod der so was sagt eigentlich schon aber sie hat nichts gesagt die förderarbeiten in den minen liegen heute still ihnen so ein hohes tier aus akkadia ist zur visite hier visite da weil ich fand es ok und einfach welche braucht so Das ist ein E-Masak-Ko. Das ist ein E-Masak-Ko. Die Bewerber sind die Reichweite. Nein, die Vuelva-Koan hat nicht gewusst, dass die Reichweite nicht die Reichweite. Dann gehen wir. Speichert. Ach, das haben wir auch schon. Moment. So, dann checken wir. So, dann checken wir. So, dann sind wir in der Minen. Kommt mir so vor, oder ist es etwas zu hell? Ich glaube, das hätte ich den Filtern noch dran. Nö, richtig. Okay. Prost. So. Okay. Ich stehe ein bisschen drüber, aber ich denke, dass es geht. Warte, übernimm du mal. Na, dann chillt. Okay, gut. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Hm? Hmm... Esto también es un hombre. Ya? ¿Cómo tenemos que hacer? El Señor de Tuerva, el Padre Dolor. Cuando se tornó el periodista de los que desequilibren, se coordinaron en el plan de conflicto. Creo que se puede ver en la creación del de los decers. Ich glaube, es ist auch ein Wunderschön, aber es ist auch ein Wunderschön. Ich habe sehr viel gelernt. Woher ist es? Was ist das? Pannero ist es. Was ist Pannero? Mein Freund. Ich habe mich hier verletzt. Die Lusominen Okay Da hat sich von der ersten Gegner auf die Karte Ja, so wird das jetzt die Fledermäuse Moment, wie sieht es eigentlich mit den Gambits aus? Ah Okay, er heilt Greift an Okay Wie sieht die Lizenzen aus? Mh, muss man da ein bisschen sparen Okay, dann mal hin Wo? Oho Okay Wie zu schnell Oh, das wäre gelevel gestiegen Weiß Ne, kann man nicht weiter Huh? Oh Hm 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 Okay, sieht okay aus Let's go Bring's hin Ah, ein bisschen angeschlagen, aber es geht War doch relativ einfach Hm Hm Okay, was hast du? Schattenstein Okay Äh Amond Amond Über ein bisschen Weißmagie Äh Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Das ist ja was. 92 Kilo. Ja, wird da glaube ich einkaufen gehen. Oh, Schalter. Ach, Schatz. Am Ende ist in die Falle reingetappt. Toll. Was ist das? Was ist das? Mh, Bash kann auch ein bisschen was gebrauchen. Äh, da, 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 da. Oh Gott. Aber jetzt zum Glück ein bisschen mehr aus dem Schloss, äh, so. Das ist, äh, das ist im Gefängnis. Das hat er schnell nicht umgekippt. Alter, alter, alter. Dann nicht. Okay. Okay. Ach, die Karte. Da kommen wir dabei, so. Okay, jetzt kann ich mir die Strom anmachen. Sehr schön, das ist aber gestiegen. Ach, da war das. Bis dann wieder? Hm? Okay, jetzt ist das Blatt. Hier war doch nix Ich muss ja da durch Okay, von der Herbst sieht es eigentlich ganz gut aus Vollgas hier Was war das jetzt? Ich hab grad nicht aufgekostet, was das jetzt war Wo sind wir von 50.000 Schritte im Iwa-löschenden Boot gelaufen Okay Na gut, die kann man leicht kriegen Na, einmal zu viel Ah Halt Nicht genug, nah dran Bronus-Trainer Okay Schade kann ich immer noch nicht Wie mach ich das hier auch? Muss da irgendwie auch ein Schalter geben Vielleicht war nicht Der Schalter funktioniert nicht Oh Warte, warte ich mal Ne Nee Ach, ich mach das nochmal Nee Wieder muss ich was Sonnepläder Maus Ah Hier rum Okay Völlig übersehen Blind 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 Wie sieht es mit dem Level aus? 9 10 19 11 10 Hm Wie braucht ihr ein Baltier noch? Hat es gar nicht dabei Hm Schade Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal Da wird es in der Erstaus eigentlich reichen Hm Hm Ich bin Ich bin Ich bin Hier Überhaupt nicht tief Nein Nee, überhaupt nicht Okay Okay Jetzt hat es aber Heute kickt hier nicht die Äh Normalerweise Kickt bei mir Bei sowas Zumindest wenn Das ist doof Äh Normalerweise Kickt bei mir Bei Solchen Höhen Eigentlich Bei mir die Ähm Höhenhangs rein Aber hier Geht es eigentlich Wahrscheinlich Ist daran Dass ich nicht hier runterfallen kann Womöglich Oh Hi So Weg mit dir Hm Waren Einmal ein bisschen Äh Aufwaren Mal auf den Äh Bash So Äh Wenn du dich Wieder Dezionationsfalle rein Ja Danke Wäre super Oh Wenn ich Ah Kann ich Wurste auch Ja Aber Macht ja Nicht so Stark Wie Weis Hammer Lang Nicht unten Schätze Geschafft Zumindest Beutel Ziele Pulver Erhalten Okay Wieder hoch Wer Wäre sie Diesmal Eingedreht Laman Wieder War So Erschreck Ich Wie Man Diesen Schein Geht Mütze Mütze Oh Gott, ey. Ich bin nichts mehr da. Zum Glück haben wir ihn ordentlich gekauft. Komm, steht er auf. Bin ich mal wieder zusammengezuckt hier? Na, wen's macht er? Heilung. Okay, let's go. Okay. Okay, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Oh Gott, das ist ein bisschen lang heute, ne? Uff. Ist aber ein gutes Gebiet eigentlich zum Leveln eigentlich. Eigentlich. Hier das Ledermaus. Und Skelettinger. Okay. Äh, Hallöchen. Yep. Geh mal an Schatz. Marsch. Okay. Oh, was sagt denn eigentlich die Ausrüstung? Okay. Optimaler geht's nicht. Hm, wieder ein Schatz. Lederhelm. Das was? Lederhut. Ah, das zieht sogar runter. Schade, kann ich nicht wechseln. Auch wieder runter. Ne. Ne. Äh? Okay. Achso, der kann er nicht anziehen. Da hat er keine Lizenz dafür. Okay. Wie sieht es mit der Lizenz da nicht aus, wieder? Äh, Moment. 21. Was haben wir denn hier noch? Mit... ...150. Hm. Verlockend. Schild-Lizenz 3 Vielleicht Rüstung-Lizenz 7 Okay Warte, wie sieht's bei dir aus? Ach, du hast ja keine Dings Kommen dazu Dann 4 Essenz, bis ich der Gegner Wird der eigenen zugefügt Für die Heilung War verwendet und der Phönix-Feder Hm Aber hier Witter-Lizenz Krieg der im grischen Zustand Werden beklaut Steigert damit hier den Zustand die Abwehr Mh-mh Wir haben hier Die neuen Bögen Killerbögen und Killerbögen und Langbögen Hier kriegt man dann Elbbogen und Lockes Moxilei-Bogen Okay Sparen hier Lizenz 4 237 Wäre die Hälfte Dafür wieder mehr aushalten 90 Bonus Gambit Ah hier Sanguis Lizenz Blutschwert Schleifen Lizenz Braucht 215 Lizenzpunkte Holy shit Muss ich aber auch nicht was bringen Hopp Das ist alles Accessoire Schattenstoß Hier haben wir eine Mystron Oder diese Limitattacke Ja auch hier oben Braucht 75 Ich glaube ich spare noch ein bisschen Ich muss mal genau überlegen Wie wo ich jetzt hingehe Oder Hydra Ordentlich Punkte Okay dann mal weiter Ach Geht mal rein Hi Hey Nicht anrüsten Dieser sind wir selbst reingelaufen Scheiße Multiplikator Multiplikator Steine Ja Verdaube Erfolgreich Angriffsfolge Den Schaden Nüge Lizenz Multiplikator Lizenz Okay Potions haben wir genügend Angriffsfolge Besteht Referenz aus ZielTP und InitiatorTP Gibt Arealschaden Okay den hallen gerade mal so unser gast auf uns mal ein hier die falle reinzulatschen weiter geht's einfach so tauchen weiter wo du gehen hier lang dass ich die andere seite ach da kann man doch her da kann man doch her oder sagt die karte eigentlich unten aber da kann man nicht langweil dicht wieder übergang hier oh hi level up nice ok da hat sich selbstgarten nochmal gut oh das haben wir ein paar jetzt hier ok wie kriegen wir gemacht weg ich glaube mit einem heilmittel war das ist eigentlich ganz gut ok ähm rufen wir mal mission aufstelle ok ist nochmal ähm mental items mit schaden tp eta ich habe nur 4 ja ah aber nur 2 mhm chronos träne und 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 Schwierigkeit hat er wieder. Ähm, dann... Wir können doch was gebrauchen... ...Fashk oder was. Okay. Hallo! Ich hab auch ein bisschen drauf gehauen. Hallo! Hallo! Nicht! Doch! Warte, es wird reingedappelt. Jetzt dabbel ich da mal da unten rein. Scheißfallen! Ach, da sind sie wieder, wa? Wieder gespawnt! Okay. Schattenstein Oh nein Aua Ah, das sind ja noch welche Unsere Kamera mal drehen, ne? Das ist ja mal die Idee Wie ist eigentlich mit Level aus überhaupt? Status? 877? 977? Ne 335, 700 Okay, Beschissenwolle bringt 12 Hm Ja, weiter Okay, da ist schon wieder Wir sind jetzt hier Okay Ja, moin Gehauen Hm Schatz Ja Ja Da ist ja auch Und Ja Da kommt noch einer Hoch 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 Okay Hm Hm Ich weiß hier noch wie die aus Uh Hm 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 Ah da Goldnadel Okay Das war ja für, äh, Stein aufheben Mörderdolch 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 Hm Ja Ich kann dich aber mehr austeilen Kann ich ja mal mehr austeilen Mörderdolch Okay, das macht nichts Wir machen Schatz Einen vidrasch bitte Mörderdolch Mörderdolch Schatz Börderdolch Das ist nicht so, was ich. Ich wollte es sehen. Was ist das? Das ist Hama Seki. Das ist Hama Seki. Hama Seki? Das ist ein Schmerz. Das ist die Einzige, die Mediapolitik beschädigen. Das ist eine Koalition. Das ist das Erlektik. Das ist die Technik. Das ist die Technik. Ich glaube, das Erlektik ist hier. Ich habe die Arbeit. Danke. Ich will es Ihnen nach Hause. Ja, jetzt mach ich es. Ich würde mich nicht mehr gehen. Ich würde mich nicht mehr so sagen, dass ich die Welt zu sein. Wer hat sich die Schmerzen, die ich von Tama関 nicht gehört? Warum hat man den Schmerzen der Drakulver? Welche Fähigkeiten du mit dem Schmerzen? Du bist ein Mann? Hey, Barfurea! Ich habe es geholfen, Barfurea. Nur weil die Narmia nicht so weit entfernt hat, weil ich mich nicht so weit entfernt habe. Was? Das war der Judges und das Schöne. Das ist nicht so, was ich zu sagen. Ich werde das auch ein Schöne. Das ist ein Schöne. Das ist ein Schöne. Du hast auch einen Schöne. Das ist ein Schöne. Du bist der Schöne. Das ist ein Schöne. Wo ist das Schöne? Nein? Du hast es nicht mehr. Okay. Na stimmt. Also weg hier. ich gebe nach also verschwinden wir na scheiße das waren doof äh nein gott ich sollte lieber abhauen huuuuuh komm wir verschwinden huuuuuhu weg weg aaaaaaah bye 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 hua hua das war wohl nix snüff oh nein kyo neeein ufff ah weg lauf lauf aua 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 uff 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 ich glaube ich muss die gambits da ausmachen goddammit aaaah moment oh man uff 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 uns ganz schön umgehauen hier Oh Gott. Okay, los. Aber. Oh, 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 oh. Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Ach, Mann. Lauf, lauf. Ach, Menno. Scheiße. Ah. Warte mal. Äh, wir haben die zwischendurch gespeichert. Okay, wir versuchen es nochmal, ansonsten, ähm, nochmal um vorne. Oh Gott. weg lauf ich komme gar nicht hier raus weg 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 Oh, man, ey. Er hat zur Blickseite rausgekommen. Boah. Nein. Wir müssen ja noch den Crash wieder auf die Beine bringen. Oh, das ist ja vielleicht ein bisschen raus. Komplett. Nein. Mach nur 100, ne? Ja, das bringt mich. Bring nicht viel. Hm, hm, hm. Ah. So. Dann Eindringstätigkeiten. Geh das bitte. Ach, MPs. Mach mal. Okay, wir sind weiter. Okay, Wahn ist ein Stub gestiegen. Sehr schön. Hm, 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 hm. Mach mal hier ein bisschen aufleveln. Ähm. Immer noch was, oder? Ähm. Okay. Er schläft. Das ist schon mal sehr gut. Attention, Alien Army. We do have a raid incoming. I repeat, a raid incoming. Ehe, he, he, he. Hallo, Baru. Willkommen wieder Lelchen, dear Raiders. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie da sind. Hilfe! A, mein Lieblingsteil! Hallo, Sui! Muss den auch endlich mal wieder zocken und mal richtig durchzocken. Äh, da bin ich grade dabei. He, he, he. So, jetzt mal richtig entsetzen hier. Hallo! Nice. Überraschung! Was? Hallo, Varu! Na? Habt ihr da bitte durch? Ich vermute mal nicht. Ich denke mal nicht durch, ne? Nun darf ich wieder aber die Küche Kula schnippeln. Na, dann viel Spaß, Kyo. Ne, das wird noch lange dauern. Das glaube ich auch. So, ein absolutes, tolles Spiel. Das war so der erste Final Fantasy Teil, den ich gezockt habe und direkt übel in den verliebt habe. Ah, das freut mich doch. Ah, so sehen alles mit der beiden aus. Mhm. Aber hallo Raiders, lange nicht mal gesehen. Mhm. War ja nur vor ein paar Minuten. Ähm, mein erster Final Fantasy Teil war auch Final Fantasy 8 und den mag ich ja. Aber Final Fantasy 12 hat auf jeden Fall auch seine, äh, mag ich auch. Nur habe ich glaube ich den damals nicht lange gespielt. Ich glaube bis zu den Minen habe ich gespielt und dann war es das hier gewesen. Und, äh, ja. Lass ihn ruhig erst jetzt mal nach mit den durchspielen. Wie war's? Äh, Jungs, Mädels, äh, nein. Nein. Hör auf. Finger weg. Hörst du auf? Ich greife ihn ihn nicht an. Wir verpieseln uns. Komm jetzt. Haua, wau, 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 wau. ok ich habe vorher nie berühmt mit der ff gehabt hatte nie hat für mich nie interessiert dann wurde es geweckt warte mal ich könnte wieder drauf hauen wenn ihr wollt hier sieht es wieder mit dtp wieder so total toll aus waren einmal aber der hat genug aufs morgen kriegt und aber ein bisschen probleme gehabt mit dem minen rauskommen weil wir ständig aufs wort kriegt haben und ja aber es auch noch geschafft man kommt der fallen fnc 16 stellen sie schon und mal gucken warum wir das spielen es wird ja auch noch ein bisschen dauern weil die 13 hatte habe ich auch noch von mir ich weiß es will ich auch noch machen danach wenn ich noch nebenbei noch von fnc 22 durch haben wir auch noch nicht das war die blöder maus warum jetzt nicht her jeder abel da hinten rum hat kein interesse an uns ok wenn ich sie weg hier ich glaube ich bin falsch gelaufen hatte vorteil 9 auch noch nie krass wie manche spiele einfach an einem vorbeigehen ja das stimmt das stimmt aber heute das habe ich viele spiele nicht angespielten weisen nur angespielt und erst mit dem stream dann angefangen also richtig gespielt sozusagen wie 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 heißt es die selda teile zum beispiel career of time die feuer angefasst wo ich das später nachgeholt habe wenn die durch gespielt aber dann noch ein bisschen wie auch ich , ich auch Ich bin ein Freund von Mosehiko aus dem Mosehiko. Ich bin ein Freund von Mosehiko. Ich bin ein Freund von Mosehiko. Ich bin ein Freund von Mosehiko. Wenn ich ein Freund bin, dann bin ich auch. Harum, wenn ich ein Freund von einem Karten bin, dann bin ich ein Freund. Ah, ha. Judge Geese, ich werde mit dem Entschuldigung Ich werde mich überlegen, und in diesem Zeitpunkt, um den Tommen zu bringen. Das ist ein Problem. Vielen Dank, Pannero. Ah, ja. Hm? Warum Pannero ist das? Was ist das, Ramon? Das ist nicht Ramon. Er ist Arthur Farnas-Solidore. Er ist der Vögel. Er ist der Bain. 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 Das ist der Bain von Pondol. Der Bain ist, wie man ihn mitbekommen. Der Bain ist der Bain. Er ist der Bain. So, da sind wir noch mal rausgekommen. So, äh... Hm? So etwas warten. Lass die Finger auftauen. Hm. Bitte ist nicht viel zu machen, als man da ist es einfach. Na gut. Ich habe auch nicht zu viel, äh... 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 Ich bin ja eher... Ja. Ich werde es eh wenig losen meistens. Und, äh... Äh... Wenig Bots... Kommen auch hierher. Also... Sehr wenig. Wenn nur hin und wieder mal. Aber dann... Ich bin schnell weg vom Fenster. Naja. Ja. Dann ist bei Nitzja mehr seelische Unterstützung oder so. Weil... Ja. Seelische Unterstützung. Hm... Weiß ich nicht. Durch das Drehen habe ich auch erst bestimmte Spiele für mich entdeckt. Ja. Und vor allem, äh... Habe ich erste Spiele durchgespielt. Beziehungsweise, wenn man während des Drehen da Lust drauf kriegt, auf das Spiel weiterhin zu machen, dann, äh... Ja. Cool. Es gibt nochmal was, wie ich da passiert habe. Wie zum Beispiel Final Fantasy X 2, Final Fantasy 9. Und... Ich glaube, King dem Harz. King dem Harz war jetzt auch momentan auf Haltestelle. Hm. Seelische Krause kam? Ja. Genau das. Seelische Unterdrückung. Hahahaha. 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 Aber es ist auch schon nicht ständig ein Mod, äh... Dass man, äh... Wenn man nicht ständig einen Mod braucht, der Bot so eine Trolle abheben muss, ja. Ich bin ehrlich gesagt froh drum, dass... Dass ich da kaum Trolle hier habe. Und... Und euch nette Leute haben. Hahahaha. Auch wenn ich nicht, viel laber oder beziehungsweise... Ich habe auch noch das Gefühl, ich gehe auch wenig auf den Chat ein. Oder nicht genügend... Kratz! Äh, kann doch nach Zumbi Frank. Also ihr kriegt das Gio. Ah. Diese glitzende Goldglotz waren Richter aus Arcadia. Ganz schön beeindruckend. Gegen den sah selbst der Marquis aus, äh, wie ein Wisschen aus. Wisschen? Naja. Hm. Wisschen? Bondol School ist zwei Jahre lang, als ich verabschiedet habe. Wenn mein Leben auf die Lichter sein wird, dann wird das Gio. Das ist ein sehr lustiges Problem für die Gio. Wenn Busschen die Geschichte leben, dann wird das Gio. Ich bin der Fall der Barsch von Rosenberg. Ich bin der Fall, dass ich mich in der Stadt und mich überraschere. Wie sieht man das? Ich bin der Barsch von Rosenberg, der ich mich überraschere. Ich bin der Fall von Rosenberg. Wie ist das? Ich bin nicht schlecht. Ja, das ist sicher. Okay. Gehen Sie doch nur um den Umlauf zu helfen. Es ist so, dass man die Leute viel zu helfen kann. Wenn man sich mit dem Kondol befindet, ist es für dich. Wir sind hier. Gehen Sie sich zurück. Okay, bringen wir mal Gerüchte in den Umlauf. Okay, kann ich eigentlich hier? Warte, wurde ignoriert. Tja, warum bloß? Mein Name ist BASHFONROSENBARCH. Wurde von einer Person gehört. Hauptmann BASHFONROSENBARCH. Er segnete vor zwei Jahren das seitliche. Marquise hat persönlich seine Hinrichtung... ...hat seine Hinrichtung kommt. Okay, hier sind wir noch welche. Eine Person gehört. Nice. Mein Name ist BASHFONROSENBARCH. Die Erkennung der Erkennung ist USOPPATI. Wir haben genug zu tun. Wurde ignoriert. Ah, hier. Ich bin der Erkennung der BASHFONROSENBARCH. Die Erkennung der Erkennung ist USOPPATI. Wurde ignoriert. Hallo, Luna. Willkommen, Hallöchen. Wurde, wenn sie zwölf. Jawohl. Meine Name ist BASHFONROSENBARCH. Eine Person gehört. Auf mein Leben? Äh. Wieso sprach der Marquise dann vor zwei Jahren über seine Exekution? BASHFONROSENBARCH hat auch den König ermordet. Tja. Tja. BASHFONROSENBARCH. BASHFONROSENBARCH. Das müssen drei sein, oder? Ja. Jawohl. Mehr Gerüchte in den Offring. Hallo. Jetzt soll ich den Ort wechseln. Ja. Das bedeutet. Ah. Zeitperson gehört. Nice. 60 Prozent. Hi. Das ist BASHFONROSENBARCH. BASHFONROSENBARCH. Eine Person gehört. Mhm. Aber haben wir hier schon? Ich glaube, da waren wir schon, ja. 61 Prozent. Oh, oh. 59, das ist nicht gut. Ah. Okay, das ist der Laden. Woher geht ich denn hin jetzt? Hm. Ja. Ups. Ruhe. Ruhe, sag ich. Und wir werden jetzt abgeführt. Ich bin nicht lieb. Okay. Okay. Ja, schon. Achso, ich soll bei den Wächtern nicht machen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich bin nicht lieb. Ich bin nicht lieb. Doch, wie Franks lieb, aber sowas wird lieb. Ich bin der BASHFONROSENBARCH-ROSENBARCH-ROSENBARCH-ROSENBARCH. Ich bin. Okay. Ich bin der BASHFONROSENBARCH. Oh, ich weiß nicht. Oh, der BASHFONROSENBARCH. ст nada. So, du wirst wechseln. Was hier? Ah, zwei. D3 sogar. Nice. Du willst Rosenburg sein? Kleiner, du sollst nicht so heiß baden. Das tötet deine grauen Inzellen ab. Hm. Die Veranstaltung des Ondor-Kohes ist ein Schuss. Ignoriert. Mein Name ist Bash von Rosenberg. Schon wieder ignoriert. Die Wachen... Nein. Bash ist tot. Ignoriert. Ja, ist auch ne Wort wechseln, aber echt ey. Was ist das? Ich bin ein Schmerz. Der Erlöser ist ein Schmerz. Das ist gut. Ich bin ein Schmerz. Der Barsch ist ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Mein Name ist Barsch von Rosenberg. Ja, das können wir schon. So, die kriege ich nicht. Da komme ich zurück. Da komme ich nicht hin. Äh, nein. Vielleicht hier. Eine Person gehört, okay. Wie sieht es hier aus? Ich bin ein Barsch. Ja. Ja, komm. Weg dich. Äh. Ich bin ein Barsch. Oh, cool. Ich bin ein Ignoriert. Ich bin ein Barsch. Ich bin ein Barsch. Ich bin ein Barsch von Rosenberg. Ich bin ein Barsch von Rosenberg. Ich glaube, ich brauche diese... Barsch ist hier. Hier und da steht. Äh. Ignoriert. Danke. Arsch. Ja. Okay. Geradeaus waren wir noch nicht. Geradeaus. Ja, dann sollen wir wegschauen. Nein. Okay, das geht mal gerade aus. Oh. Mhm. Äh. Mein Name ist Basch von Rosenberg. Ich bin der Basch von Rosenberg. Ich bin der Basch von Rosenberg. Hä? Ne. Ich bin der Basch von Rosenberg. Ich bin der Basch von Rosenberg. Ich bin der Basch von Rosenberg. Nice. Ich leider, ich würde dich gerne kurz sprechen. GebeUN. Wenn die Fische ök Setzen okay? Ich bin der Basch von f nhila so, Herr Dewey. Why жизнь ist der einzige Sch stilleader? Ah! mig gradient ist nicht. Mach mal aählers mehr. Es geht darum, Schmerz und tolerieren die Schuldyn. Hm. Hm. Wunder, hast du wirklich geleistet? Wann ist gut, oder? Wann ist gut, oder? Soll das? Aber das ist... Der König der Ravnasta ist sehr viel zu tun. Ich werde sagen, dass ich mit einem Verletzten. Bain-Solid-Orl ist mein Freund. Der Verletzten ist, dass wir die Sicherheit der Verletzten. Und der Freundin ist, dass ich mit einer anderen Arbeit kann. Ich bin auch ein Mensch. Ich könnte jetzt nicht gut sein, aber... ...ir werden die Leben der Rabanasta gut sein. Es ist okay. Mein Mann ist ein Mensch. Der Mensch... ... ist das Angst. ... 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 Ich bin auch ein Kind. Ich bin sehr gefährlich. Pannelo, der Mannschaft von Sordor, kann man sich um die Menschen zu retten. Das ist auch meine Arbeit. Ich glaube, es ist gut. Was ist das, was ich? Ich habe mich nicht gewohnt. Ich kann mich auch verstehen. Hmm... Ich habe es nicht so gut, aber... Ich habe es nicht so gut, dass es ein eigenes Gehirn ist. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich hab schon gelegt, wie ich ihn mit ihm könnte. Wie, wenn ich mich in meiner Frau? Ich würde nicht sagen, ich würde es nicht mehr beantworten. Ich werde die Korpel-Kathe deswegen sein. Ich werde das dann in der Korpel-Kathe mehr sein. Dann kommen wir in der Korpel. Treppenführer über Widerstand Das ist ein bisschen lustig Nein, im Dienst bin ich nicht Wir treffen uns hier Und tragen Informationen über unsere Entfernt operierenden Einheiten zusammen Seine Exzellenz, der Marquis Ondore Erwartet euch Bereit euch vor Und sucht sein Anwesen nördlich Der Travica Hauptstraße auf Ich hab's nicht gelesen Ruhigt ein flöster Banga Oh oh Keine gute Idee wie Frank Keine gute Idee Versteh nicht warum Harf Haro Ein Pimpf wie dich seines Weges ziehen lässt Was du hinten gesehen und gehört hast Bärst du für dich Okay Alles gut Hi Ah jetzt Wirtschaftsgras Bujiabas sei stark genug Um den Imperium zu trotzen Glauben einige Doch was Wenn das Imperium die Luftwege blockiert I do it I do it I do it Wenn du gefragt wirst Leihst du diese Antwort herunter Und tust ganz überrascht Verstanden? Ein schauspielerisches Talent Ist gefragt Obwohl dass ich das nicht nutze Kio ist da knallhart Warum sollten wir Mokris nicht auch In einer Schenke trinken dürfen Kupo Im Gegensatz zu dir bin ich schon erwachsen Kupo Warte ich wirklich Doch Okay Magu Hm? Willst du rufen mich? Sagst du? Was denn? Doch nicht? Ja bitte doch nicht so ein Schrecken Solchen Schrecken ein Junge Der ist Melissa Hab ich schon gesehen? Keine Ahnung Hm Hm Schon mal von Bujiabas einzig Hat ein Bujiabatroffen gehört Blondshop Ein göttliches Gesurft Aber nix für dich Junge Sicher? Ach nochmal ein Fremdenführer Hey Seid mir nicht böse Aber ich versuche gerade mein Glück Bei dieser Holten Maid Sag doch bitte jemand Äh Einen anderen Fremdenführer Ja? Danke Ja da viel Glück Der Marquis soll eine Widerschaftsorganisation unterhalten Ich schenke es voller Großmäuler Nimm dich ja alles für wahre Münze mein Kind Ein Glas Bujiabatroffen Gefällig Ein Feierjagern Aber halt Du darfst doch noch gar nicht trinken Hier im Bujiabat kann man noch in Ruhe trinken Nach Manastere wurde man ständig von imperialen Soldaten angepöbelt Ein Hoch auf die Freiheit Ein Hoch auf die Freiheit Ein Hoch auf die Freiheit Wähl Da machen wir wieder Hilfe Was für dir? Anschlagtafel Schied gegenüber der Theke Lasst dir von anderen nicht die hoch dotierten Mops vor der Nase weg schnappen Mops 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 Rang 1 Nidek Basilisk Aufträge immer Naja Geh wieder geschwit Weiß ich auch nicht Der Lusumine ist ein schreckliches Monster aufgetaucht Die Förderbänder stehen still Macht dem Wurm den Garaus Sind wir eigentlich dafür ready? Ja gut komm Und die Kopfgeldjäger können an folgenden Ort genau Einfors mit dem Bop einholen Da müssen wir hin Okay Kurz vor der Mine Okay ich würde sagen wir probieren es mal Warte Vorbereitung treffen dann zum Marquise Äh wir laufen erstmal kurz Äh ich muss hier schon langen Äh warte mal Gehen wir nochmal So sehe ich besser Da 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 Äh geht es eigentlich mit unserer Oh Oh Verlust wieder Dinks Okay Nein Darum Eigως Äh nein Moin Und hier können wir uns wieder heilen Äh, warte mal Wo war das da? Inventar Items Ach, sortieren können wir doch nicht nur Äh Nein Gestern die Imperalen endlich wechseln Rollt, äh, Gil, äh, wieder einigermaßen So toll ist da eine schwere Börse Auch etwas leichter, Freund Aber wir haben 1818 Äh, 1818 Gil Ah, Phoenixfeder 200 39, hm, das könnte eigentlich reichen Ups 2 noch dazu Hier haben wir 39 Aber 5 dazu Hm Hm Kellebruchstein Können wir eigentlich noch gebrauchen Ja, ich könnte ja das ganze bis auf Telepustein alles verkaufen, oder? Oder wie ist das? Doch, später 139 Hm Das gibt ordentlich Geld Ja Ja Soll ich verkaufen, oder nicht? Ich bin aber ein bisschen unsicher Ähm Ähm Komm mal Da komm Da komm Weg mit So, speichern Dann müssen wir glaube ich wieder in die Minen Ich glaube Basch ist immer noch Ne, Basch ist wieder on track Okay Hm Ich glaube wir sollen mal T-T-T-Badrinnen dabei haben Wenn man auch ein bisschen auf Level 12 kommt Okay, let's go So Into the Minen So, wo soll der Mob sein? Anbericht Mob Liste Er ist erledigt Das war ja Der Todesab Genau ich bin zu früh ich muss erst mal mit dem typen sprechen völlig verpeilt so wussten der da müsste hier sein er kommen oder sowas wieder hieß du das ja also hast du einen hast du einfach einen blick auf den anschlagtafel geworfen aber du bist wegen der steppe ist hier stimmt das ist er legst du nie tag für mich gehört aber auch schmeckt eines vaters gut aber ein magi nicht vom herzen also pass auf monstern könnte es dank magischer barrieren in den minen bislang gefördert werden doch diese barrieren sind jetzt durchbrochen wie mehr irgend so ein deb hat sich zerstört wir minenwächte haben in den salat die tag eine riesige schlange die bislang tiefe im steuernhaus da hat sich in den vorderen minenbereich gewagt das ist nur zu groß für uns daher brauchen wir unbedingt hilfe die tag soll sich an der weggabelung direkt am anfang der stollen befinden mein mag und ich zählen auf dich man ja auch nicht ich spreche lieber sicher sicher ich war ja so komisch die sortierung keine ahnung warum so mal gucken wo wir den blatt kriegen die schlange so eine weggabelung das heißt direkt am anfang der stollen da hinten es wird lustig aber gut aber wir werden uns bald hier auch ein bisschen leveln ein bisschen angehittet ach der große maxi a weiß nicht welcher level das ist nein aber doch mal warte stupe 10 87 schwäch ist aero können wir hinkriegen easy 7 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 nochmal das reichen stuhl eine wursch dazu die gabelung 9 okay bald hier ist eine stufe gestiegen oder ja noch später wieder ich glaube bei fran muss man links mal rein machen weil der ok wird nein werden man griff natürlich nicht doch genau klar genau vorrang ...ehhhhhh... ...ehhhhhh... Hm... Was ist die erste Hilfe? Ah, kriege ich das Buchstatt, okay, okay. Hm... ...ehh... okay. Pfff... ...pfff... ...ehh... 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 ...komm hier gar nix... ...Klauen... Hm... ...ist immer Angriff... ...halt... ...und an... ...ok... ...glaub ich hab mich noch rein... ähh... ...dass wir die... ...gute Kombi kriegen... ...ok... ...bran heilt... ...oh, nein... ...und ich nicht... ...wenn wir schon nur 70%... ...wenn wir schon nur 70%... ...wenn ich... ...wenn wir schon mal nicht... ...hier... ...ich will... ...Money... Okay. Am Stollen heißt es wohl ganz hinten. Aber schnell weg! So, ich werde hier. Das war hier vielleicht. Der Maus wieder. Ah, ein Staxi. Au. Okay, Bran. Ich geh mal lieber. Mach mal. Ich geh mal weg. Okay. 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 All wir hätten angestupst und verdammt. Okay. Na gut, er hat ja nicht mehr viel gehabt. Na ja. Hier ist klar, dass es auch mit dem Kipp ist. Halt aber ich nicht rein. Halt. 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 Okay, wir können wir weiter. There we go. Da ist die Slange. Warum Grosje, Boatess? Komm mal her. Ah, das geht nicht. Okay, wir gehen. Oh Gott, das sind mehrere. Okay, warte. Okay, wir gehen. Okay, wir gehen. Oh Gott, das geht. Was ist das? Missed. Ach verdammt! Die sind sch... Äh... Da 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 da... Ich sollte hier erstmal wieder hoch drängen. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Haben wir noch? Ein Burschen haben wir noch? Oh. Äh... 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 Okay. Das reicht nicht. Shit! Da muss die Schlangen ist wieder voll. Ja! Ja... Die ist halt voll und diese sch... Ich muss das glaube ich nochmal an, oder? Das sind mehrere Fledermäuse, oder? Ne. Okay. Hab ich getroffen? Ein Knabbern, ey. Alter! Okay, jetzt ist nur ein Detector. Äh... Na, 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 na... Ähm... Hm. Einmal Halbpoten wieder... Ich hab' keine Brot mehr... Oh, 100... Okay, dann kann ich auch noch mal... Ich hab' keine Brot mehr... Ich hab' keine Brot mehr, oh... geht noch langsam okay er macht erste hilfe das ist gut vielleicht trotzdem nicht noch mal ein potion drauf da kann ich drauf ich kann ein bisschen mehr man normal poschen das warst du mir haben okay haben wir jetzt nicht was alter was ist das für eine scheiße aber halte ich jetzt mal hoch hier rettung es wieder gleich voll war nein wir sind wieder gleich im arsch ähm bringt das eigentlich? halt schaden ich glaube ich bin mit level viel zu niedrig das das klumpen ah frack okay ah bash fast im ärmel was ist doch erstmal nochmal erstmal versucht den zu kriegen okay es geht er hat nicht mehr viel komm gleich geblockt gut äh bringt den angriff jetzt hau da drauf für treffe du verdammtes okay level wir können nicht hin wir haben was gehabt wir hatten was gekriegt verdammt du scheiße ach dammit so kurz davor und doch verkackt hm ganz gut nö fick dich und ich halte falschen gambits an wenn wir noch mal zu erledigen da war das kann ich welchen level der teil hat wir haben wir dann 12 10 12 12 geht es wieder da ok warte ist auf level 11 sehr schön jetzt machen wir noch ein bisschen hier vielleicht noch mal nach vorne ja ja ein bisschen war zu schnell das war aufgeschöpft ok er greift auch noch Alles klar. Oh, Franz schon auf 13. Tanzen? Puh, 51. 50, äh. Zum. Hallo, Demryas. Hallo, Perdu. Na? Auch schon mal wieder, äh, auch mal wieder hier? Na, alles klar bei dir? Wie hilft Gegner innerhalb des Areals mit Bill? Hm. Ich könnte noch mal ein bisschen hier... Abwehr... 60... Okay. Hui, Rioshan lebt ja noch. Ja, er hätte mich gewundert, wenn nicht. Aber gut. Zepter... Nein. Flutwelle. Hm. Was ist wahr? Feuervogel-Lizenz. Verity Pay-Heilung. Ah, das kann man auch nicht angucken. Brauchen. Ja, wieder besser. Und bei dir? Und dem Chat? Äh, wieder besser? Du warst krank? Ganz freut mich aber, dass es hier besser geht. Das ist schon mal gut. Äh, mir geht's soweit gut, ja. Äh... Okay. Glaub ich, glaub ich. Ah. So, fahren. Was wäre eigentlich gut für sie? Wirkung von Pussy, wir sind verloren. Hm? Bildern. Hm. TP-Lizenz. Faustpresche. Hm. 20. Und hier nochmal hoch. Ja, hatte... Oh. Das ist ja schon mal gut, dass es, äh... Dass du wieder davon weggekommen bist. Oh Mann. Ist ja... Uff. Da freue ich mich, dass du wieder auf den Beinen bist. Jeden Jahr. Uff. Echt übel. Hm. 25. Ne. Autsch. Noch wen, den es mal erwischt hatte. Hatte es letztes Jahr. Ja. Äh... Und dann 90. Ja. Das haut weiter rein. Gambit. Kann man auch weghaben. Hm. Nein, das weiß ich nicht. Ne, das weiß ich nicht. Okay. Mal weiter. doch jeder sehr schön ich brüche schon mal ein bisschen hier ab darauf achten, dass ich die HP nach oben habe aber da kommen wir ja wieder zurück ok ok, Brand kommt sich schon um die HP ich schau doch warte schön heute lässt sich das Gatter nicht öffnen es muss irgendwo einen Öffnungsschalter geben normale Geschwindigkeit das ist der Schalter ja aha na, jetzt können wir durch und in die Falle reinlappen lovely oh, Fran hat nur 10 MP äh, nimm mal ein Ata hier komm besser ah, ah ne, ist ja selbst dran vielleicht doch ja, ab ja, ab 4 ja Okay. Oh Ja Da ist die Joker Die Lauf Na Da kommen wir trotzdem nicht an die Frau Bayer Das Viech Wie is rumschwenzelt Ich glaub jetzt sind auch ein paar Menschen Wie ist das nun? Wie ist das nun? wir mit den level noch nicht so weit oder glaube nicht wenn sie mal erst mal hierüber das reinköpft Oh Mann, ey. Nee, darf man rassen. Lalalalalala, nein. Da gehen wir noch nicht hin. Da sind wir noch nicht ready. Das war zu schnell. Äh, jetzt fangen wir schon wieder an, ey. Nein. Ja, schon wieder los. Nein. Okay. Nochmal hart, haarscharf gerettet noch. Ups. Ahem. No. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja. Hey, was ist heute los? Vielleicht haben wir noch ein paar Äther. Ich glaube, ich habe eins noch nicht. Okay. Äh... Nee. Ein bisschen weniger leichtsinnig wäre nicht schlecht, glaube ich. verbrochen dann schon wieder bald kein Aether mehr äh, kein MP mehr meine Fresse ah, wo ist denn der Schalte dafür? ist dort ok ja, bei der Schlange müssen wir vorbei eigentlich oh, jetzt ist er aufgestiegen ah, bald hier nee, Bran war das jetzt, oder? ja ok jetzt kommen wir ein bisschen hier warte, kommen wir noch zurück, oder? nee schneller das geht ja noch mal gut nochmal und dann kurz schnell machen wegen ok, auch füllen ja, so geht er schneller ja, maximal oder 19, ok immer voll 90, 92 da komm 90, aber voll go go das sieht so scheuer aus 9 noch 8 ok 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 geht's in ok ok es gibt mir ja es gibt mir ja Mhhhhh... Okay, geht gut aus. Oh, das L noch mal ist. Oh. Hier ist es dicht. Dann geht's... Weiter... Da sollten wir noch nicht hin. Ja, da sollten wir noch nicht hin, glaube ich. Äh, genau. Auf der anderen Seite kommen wir nicht. Hm. Achso, da haben wir den Schalter schon. Ja. Okay. 14. Er braucht noch 12 bis er erst. 613 ist er 13. Ich bin gespannt, ob wir mit Level 14 das eher hinkriegen. Ich glaube zwar weniger, aber kannst du probieren. Waaah! Ja! Ja! Und wieder voll. Naja, halbwegs. Vielleicht damit ein bisschen einer anders anstellen. Ja, ich bin dran. Ja! Ich bin dran. Ja! 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 Ein bisschen! Das wäre auch nice. Können wir mit zwei Mistrons den schon mal den Garaus machen eigentlich. Ha. Oh, drei, nur drei Stück. Wie viel hat er 50? Ja, gut. Let's go. Wann hat ein neues Mistrum gelernt? 100. Okay, müssen wir wieder sparen. Hier ist nichts. Ah, jetzt nehmen wir das. Blutwelle. Reicht nicht. Ausbrösche. Unterbrach 55. Das wird eigentlich ab. Vitra. Das ist eh die Richtung. Nehmen wir mal. Dann haben wir drei, müssen wir uns schon mal. Also jeder hat eine. Perfect. Äh, bald hier müssen wir trotzdem auch noch 14 kriegen. Würde ich gern. Loll, wer ihn durchgeschnitzelt hat. Loll, wer ihn durchgeschnitzelt hat. Schalte, da komme ich nicht hin, weil diese verdammene Schlange da ist. Komm mal. Ah, komm. Ah, komm. Gibt's ihm. Schade. Ah, weggegangen. Nur 30. Okay. Okay. Ich wollte eher Wahn vorschicken. Sehr schön. 1,20er, sehr, sehr schön. Wow. Okay, bald hier ist, auf der Reiten sehen. Sehr schön. Aufnehmen, machen wir mal. Ja, muss noch mal machen. Mal sehen, ob ich aus der Kultussoße später noch eine Suppe mache. Geil. Hm. So. Die Teile muss auch noch gehalten werden. So. Unsere Schüssen auch. Die Würze riechen intensiv. Und wenn der Magen da meckert, dann muss ich das verdünnen und eben eine Suppe machen. Dann ist das... Wir können hier weiter eigentlich, ne? Feuervogel. Granaten-Lizenz. Okay. Gambit, Gambit. Haben wir noch eine Blutwelle. Bilder. Kauberer. Kraftbolzen. 350 TP dazu. Das ist eigentlich dieses Schachbrett. Das ist das Lizenzbrett. Das ist ähnlich wie ein, äh, Dings. ein fan sie sehen das ferro brett in der richtung aber halt nur aufgeteilt auf die platine jobs sozusagen nicht so wirklich ein tree aber es könnte man hier so sehen ja bei euch die charaktere somit auf richtung mit den lizenzen diese dann die rüstungen und waffen nutzen können beziehungsweise auch zauber und halt diese limit attack attacken diese text also wenn ich zum beispiel hier das mit den lizenzpunkt 983 also wenn ich die 25 davon ausgebe kann ich ja diese was da unten steht die nutzen beziehungsweise darf ich die benutzen sozusagen jetzt mache ich mich gerade hier was ich da noch reich schalte dann auch fähigkeiten machen wir auch noch hier frei was lustig ist ja die ursprüngliche version als die ps2 version die ich habe hatte nur ein lizenzbrett und wir haben hier sozusagen 12 12 unterschiedliche wo wir uns den job ausruhen können sozusagen das ist noch mehr mehr punkte zum sammeln ich bin gerade überlegen ob ich das doch irgendwie gibt es irgendwie 10 zum doppelten lp sammeln oder so wäre doch mal was wäre durchaus was geiles ja etwas überfragt ob das sollte ich erstmal freischalten alles noch mal dringendrängen noch mal alles hier auch mal analyse machen alles verballert passt nicht da brauchen wir noch acht und da kann sie vitra benutzen und engel genau das brauchen wir müssen glaube ich acht gegner umhauen dann können wir das hier freischalten ja okay hier hat ihm wie viel lp die hergeben ok wie viel hat es jetzt gekriegt es waren drei was noch fünf ach schatz hier eine portion zurückgehalten nein immer nicht lang fallen wieder da sind sie wieder hat er nicht gereicht gebracht erst mal die gegner gemacht das ist schlecht gott gott und jetzt wieder weg ach schatz ja 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 was haben wir noch einer ja alter das ist ein unendlicher strom von arschlöchern hier und die nächste okay okay jetzt ist im heilen holy shit den rest machen wir mit den potions noch mal wenn wir uns mal schatz hier danke und doch naja wo später so geht das was haben wir jetzt für ein wahlung magische abwehr ah okay das ist die magische abwehr jetzt okay er braucht noch 1600 noch was oh god 47 dann ist waren auf 15 hier sind oh warte mal lizenzen 40 sehr schön können wir gleich hier für die weiß marke verbesserte natürlich braucht das auch mehr mp franz 15 nice schön in die falle rein gedabbelt klar das meine falle ist echt mies ein bisschen rumrennen hier voll kriegen und wir gehen kurz raus rein die schlange rum wir gehen mal raus ich glaube wir sollten mal langsam raus zum kristall und und speichern und dann weiter natürlich reinlaufen langweilig das war ja nochmal magie ausgeführt nice jetzt sind wir da mit 10 prozent von den gesamten Trophäen aber ich glaube wir werden nicht die gesamten Trophäen kriegen äh kommen wir da wieder hin will ich nicht ich würde gerne wieder raus ich will erstmal ein bisschen hier rumkloppen mitnehmen dann speichern und wieder rein in den laden ok na das hat schon besser aus auf jeden fall laden ok bald hier ist auch 14 plump wie die rumlaufen ok bei der füge kommt man irgendwie lust auf tales tales of symphonia wird auch noch gespielt hier ja irgendwann irgendwann wird das auch noch gemacht hier kommen wir wieder raus glaube ich ja genau ich würde sagen wir gehen raus das würde ich auch mal spielen dann zum dritten dann mal dann aus liebst du das dann wäre super so tadaa so überschreiben wir einfach mal so ach es einfach so wie sie wieder voll das ist toll bald hier bräuchte eigentlich noch einen einzigen level noch wobei wir könnten jetzt mal probieren ob wir mit allen müsse rons auf die schlage drauf und alle platt dann würde ich sagen würde ich mal sagen wir probieren das mal hallo ja 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 Oh, da kommt er wieder zurück, ne? Neee. Okay. Äh. Mach wieder an. Stados. 2,7. Der Schatz. Da war ja später. Äh, wie müssen wir denn eigentlich lang? Wir müssen eigentlich da lang, genau. Da muss man kurz. 133, wurde schon wesentlich besser. So. Oh. Stufe 1 Mystic. Materialisierte Energie des Zorns trifft die Gegner. Oh. Stufe 1 Mystic. 6 Energieguben gehen auf den Gegner nieder. Okay. Was hast du so? Eisene V-Schläge preschen auf die Gegner ein. Ja. Ja. Sagt genau das, was es, äh, ja. 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 So. Hier müssen wir einfach vorbei. Glück hat sie genügend RP. Also noch jedenfalls. Okay. Nicht in die Falle rein. Sehr gut. So. 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 Na zwar nicht ihr euch. Ja! Inferno! Boom! 3.000, doch was! Okay, die war gegen Aero, glaube ich, war das. Okay, die war gegen Aero, glaube ich. Okay, die war gegen Aero, glaube ich. Okay, die war gegen Aero, glaube ich. Okay, die war gegen Aero, glaube ich, war gegen Aero, glaube ich. Hast Courage, oh scheiße. Oh Gott, dieses Mist fähig, kriege ich nicht Blatt. Ich krieg's nicht Blatt. Ich krieg's nicht Blatt. Ich krieg's nicht Blatt. Ich krieg's nicht auf die Presse. Äh. 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 Damit. Oder vielleicht doch. Nein, nicht Blatt Maus. Hier, ihn. Hat nicht mehr viel. Come on. Okay, weiter. Okay. Okay, weiter. Nein, ich will diese Scheißpfleger maus nicht. Komm. Komm. Komm, mach schon. Oh, ist ich, bisschen, 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 bisschen. Ach, schon wieder so kurz davor. Ich hasse es. Okay, das Vieh, ich mach mir nicht Blatt. Das gibt mir ja so auf den Sack, ey. Das machen wir nicht Blatt. Das bleibt liegen. Fuck it. Da kann Bock auf das. Ne. Pfff. Was ist das? Ja. Ah. Nö. Sorry, aber, ne. Jeder kann mich mal am Arsch lecken. Ah. Nö. Huh. Или hab ich contented mit was falsch gemacht? Ah. Ah, ich hab keine Ahnung. Eigentlich muss ich doch das Ding Blatt kriegen. Kann ich mich wieder zu Level niedrig, oder? Keine Ahnung. Hab ich mich wieder zu Level niedrig oder keiner Ahnung? Das scheiß Flähermaus nervt auch wie eine Sau. Ob ich sie naheinander? Was machen wir da aneinander? Wow, das hat gar nichts gebracht. Ich raff es nicht. Ne, bringt gar nichts. Ich raff es nicht. Ja, wieder so kurz. Ich raff es nicht. 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 Und Batheo ist wieder auch weg. Und wir haben kurz vor ihm wieder mal Jetzt geht natürlich auf mich, das Viech. Nervig. Ach, kurz davor. Ja, komm. Komm, wir haben noch Fragen noch. Hm, wir sind gleich weg, ey. Na komm. Hat nicht mehr viel. Oh, diese Sch... Das 4.000, 5.000 Mal anreifen kann, das ist dumm. Äh, sch... Doof. Mach doch mal. Mach dir jetzt auch wieder fast im Ärmel. Ja, 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 ja. Mistviehig, Mistviehig, Mistviehig. Alter, Finne, war das ein Schrott. Uff. Alter. Uuuh, Scheimkleister, ey. Uff. Na ja, und das Mistviehig, ja, nicht weg, ey. Dieses Drecksviehig ist weg, endlich. Alter, Finne, ey. Ach, wo ist mein... Ah ja. Uff. Ich glaube, mein Zucker ist gerade wieder am Krummgrätschen. Ja, ist am Krummgrätschen. Meine Fresse, ey. Puh. Wollen wir den auch wieder zurück? Pff. Alter, Finne, ey. Puh. Ich glaube, wir sind dann zurück und, äh, ja. Ich glaube, wir sind dann zurück. Ich glaube, wir sind dann zurück. und lang alle rein Uff, 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 uff. Nein, du kannst den Börsch so wenigstens auch mal ein bisschen leveln. So, wo müssen wir eigentlich lang, ein bisschen raus, ne? Ach, kommen wir hier lang eigentlich. Na. Okay. Schon lang? Äh, ja. So, dann bist du auch. Okay, das haben wir ausgeteilt hier. Kommt noch an, Schatz, oder? Nö. Schade. So, abmarsch. Brrrr. So, dann sind wir wieder. Brrrr. Ich muss leider schon, äh, muss mich leider schon verabschieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß und schönen Streamen. Alles klar, Pödy. Danke, dass du da warst. Dir noch alles Gute und, äh, pass auf dich auf, ja. Und bis demnächst mal wieder. So, jetzt können wir das wieder überschreiben. Uff. Ich denke, dass wir ein bisschen mehr leveln müssen. Stimmt ja, du hast, du machst ja per Paper heute, oder? War es denn die Deck wirklich erledigt? Hurra! Endlich kann in der Mine wieder gefördert werden. Hier, das ist der Dank der Arbeiter. 600 Gil. Yay! Balaclava. Rosencousage. Das kannst du auch behalten, als andecken. Ist ein Ei von Niedeck. Wenn du das gut kochst, abkochst und futterst, gibt es ordentlich Muckis. Schlange Eier halten. Okay, jetzt kann man, denke ich, mal speichern. Nochmal. So, ich, äh... Ja, endlich wieder. Gingen ja nicht die letzten zwei Wochen. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall dir viel Spaß beim Pen & Paper. Und viel Erfolg dabei. Hm. So. Können wir denn hier verkaufen? Ja. Verkaufen. 6000. Nice. Königsfeder. Wir haben nur noch eins. Können wir zehn Stück wiederholen. Nein, dort. Kaufen. Genau. Knaufz, bitte. Haben wir wieder ordentlich dabei. 7000! Jawoll! Hmm... Stein. Okay. Genau, nehmen wir nochmal 10 noch dazu Äh, so Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause Muss ich mir ja kurz mal austreten und mir noch was sofort damit sorgen, damit der Zucker nicht runter geht Äh, hatte ja gestern nichts da gehabt und heute habe ich was gehört Äh, was da Und äh, bin gleich wieder da Bis gleich So Äh, da sind wir wieder So Dann wollen wir mal Zum Marquis gehen Prost So Gän mitladen haben wir da noch Ne, der trumpt, wieso Was hat denn da gerade Schönes Haben wir schon gesehen Hm Ich glaube, hier waren wir schon mal Hm, ja Die haben wir drauf Hm So Hier Konzent, Gegner Ich muss mich mal schlau machen Ähm Welche Gambit am besten eigentlich ist in der Richtung Also welche Wenn Gambit Äh Gambit Ähm Wie heißt das Ähm Na Gambit Kombination Ja Äh 80% geht eigentlich 70% geht eigentlich Ja Ladekabel Ich glaube, ich habe Ladekabel in der Nähe Hab ich auch Äh Äh Brauche ich mir irgendwas Dringendes Keine Ahnung Keine Ahnung Lass wir erstmal Guck mal Guck mal, ob wir da Story erstmal Vorankommen So Wo muss ich jetzt lang Da geht es rüber Zum Miene Was war denn da unten nochmal Techniken Ja Techniken können wir vielleicht Brauchen Eine Immer ein Dirk Bisschen was umrollen Wenn was ist Einfach rufen Alles klar Kio Dann äh Bis Gleich Viel Erfolg beim Umräumen Viel Spaß kann man ja nicht sagen Oder So Hm Technikensammlung Was hast du denn da Schönes Ah Mir fällt gerade ein Wir bräuchten Vitra Vitra und Engel Analyse Sammeln Brauchen wir das Eigentlich nicht Aber wir bräuchten Zauber Vitra zum Beispiel Wäre nice Oder Engel Mit Fran Das nutzen kann Ja Äh Bop 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 Dahin fahren wir noch gar nicht Ah Hier Äh Eins weiter Was hier wie viel Vitra kostet Die Tens haben wir ja Magiestübchen Magiestübchen Hm Weiter Wir haben ganz frisch eröffnet Mein hübscher Die Mädels und ich werden die Jeden Wunsch von den Augen ablesen Bitte nicht Kaufen Ah Okay Gut dass wir doch genügend Geld haben Äh Also Engel brauchen wir auf jeden Fall Genau Aqua Eher weniger Vitra Können wir gebrauchen Aber die haben kein Vitra hier Necrum Defix Die Inhaltsareals werden an Ort und Stelle fixiert Ah Necrum Erteilt Schattenschaden innerhalb eines Areals Lux Splint Heilt blind Okay Hm Zeitmagie Ich glaube Zeitmagie haben wir noch nicht Ratoxy Brotes Können wir eigentlich auch gebrauchen Wir können eigentlich das schon mal holen Valum Steigert die Magieabwehr Intakt Handlungsunfähig Inakt Ah Nicht intakt Inakt Sorry Weiß gelesen Brotes kann man gut glaube ich Gebrauchen Valum Warte ich noch Tritoxin Fritoxin 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 Tritoxin Stumm Stumm So Danke schön Was hast du für Lizenzen eigentlich nochmal für Zauber Feldern das war damit hier schädlichkeits hier das mal zumindest hat sie eigentlich schon mal fallrückzieher die animation ob die ganz saften tp um einen kampf umfähig gefährten wieder zu leben und auf sich selbst so zu sagen zauberer lizenz das kann man gut brauchen eigentlich magie erzählt größere wirkung da waren wir zu wenig wir könnten schon mal das hier drei schalten 317 hier ist eher der tank hier schattenstoß ich könnte glaube ich eher gebrauchen kraftholzen physische attacken mehr ja das ist glaube ich besser 80 spreche ich mal hierfür für die ninja schwert lizenz höllenzyklon besser war nein keine techniken haben wir gerade ja die hatten keinen ein vitra damit aber zum glück wiederbelebung haben wir jetzt zauber also engel mit blitzenklingen kannst du nicht widerstehen schaden zwolten schwert bieger das bringt ihn bisschen mehr Mördert euch mit Nix Weiß ein Schwert bei ihm Plus zwei Katana Haben wir noch nicht Verschmuck Abesbogen Plus sechs Attribut keins 25 Attacke Okay 30 Plus Also Also Okay, äh, ausrüsten. Oh. Magieabwehr plus zwölf, Artwehr null. Hm. Okay. Jeder Helm hat er. Okay. Mit dem Helm. Göttinnen Stein. Amp werden auf null gesetzt. Aber dafür die Magieabwehr. Okay, höher. Ja, das bringt da nix. Halt raus. Steige den Britschuschen. Die Attacke. Was hat denn das jetzt? Keiner. Okay. 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 Die Attacke 30. Das muss ich ja mal gucken. Äh, bock, bock, bock. Okay, da werden sieben drauf. Können wir das wieder verkaufen, eigentlich. So, Cappella geht weg. Silberbogen geht weg. Und dann auch weg. Äh. Und das Mitrilschwert kann jetzt auch weg. Die Mitrillklinge. Entschuldigung. Okay. Damit werden wir auch ausgerüstet. Little better. Ganz little. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen eigentlich da... Glauben wir aber noch nicht. Äh, da. So. Ja. Ah. Straßenhändler. Neu-Luftikus wagt sich ohne gescheite Equipage hinaus in die weite Welt. Rede näher und kauft ein. Neu-Pfeile, nein. Potion haben wir eigentlich genügend, ne? Oh, jetzt haben wir 50. Die Gegend können wir ja nicht weg tun, oder? Nee, wir müssen halt das mal und dann bei Zeit verkaufen wir das mal. Hm, Mitrasplitter. Hm. Keine Ahnung. Ja, okay. Äh, oben hinaus. Da haben wir einen Schwertel gehabt. Noch nicht. Wir gehen erst mal da hin. Hm, genau. Tadaa. Schmeichern. So. Mal sehen, ob die neue Ausrisse was bringt. In der Richtung. Da, da, da. Da, da, da. Schmeichert. Und hinaus aus dem Klaus. Äh, was? Terminalzimmer. Luftschiffterminal, Entschuldigung. Warte mal, haben wir vielleicht ein besseres Schild für unseren Ritter? Beziehungsweise für Wahn. Wahn. Ja, wahnsinnig hier. Kettenhemd. 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 wäre das dann, oder hast du schon... Ah! Wann hat es ausgerüstet? Aber BASH nicht. Was denn überhaupt? Buckler. Neun. Ja komm, dann gehen wir doch mit ein besseres Genau. Können wir den verkaufen. Erledigt. So. Wir haben das auch noch. Verkehrt, ne? Ja. Immer noch verkehrt. Deine Exzellenz, der Marquis erwartet euch bereits. Folgt mir. Ja komm. Seid ihr nun bereit für eine Audienz? Zimmer? Zimmer? Ja komm, jetzt komm. Deine Exzellenz ist bis zum Sonnenuntergang mit anderen Aufgaben beschäftigt. Werdet warten müssen. Bitte folgt mir. BASH von Rosenbergkjö. Ich habe das Gefühl, dass ich dann die Kiko's beobachten habe. Aber das ist mein Motivation. Also, ich habe das Gefühl, dass ich meine Schwierigkeiten habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Weimung bin. Aber ich habe die Kiko's nicht gewohnt. Und? Und? Die Kiko der Kiko-Wirr-Wer ist in der Kaste. Sie sind die Frau von Amalia, und sie ist das für die Kiko. Ich habe die Kiko's für die Kiko, Ich bin der Mann, die Kraft. Ich bin der Mann, der sich in die Ruhe zu kommen, wenn man so viel Zeit für die Ruhe zu kommen ist. Es gibt eine Art, was du? Lass mich zu Larsa. Ich bin der Freunde, meine Freunde. Es war ein Stück weit lang. Ja, das war's. Ihr Lieblings-Larsa wurde bereits mit dem Reichsbraten. Wir werden mit dem Team-Lavanas-Stand mit dem Team-Lavanas. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Was? Hm. War ja klar, dass das der Fall ist. König der Palast Rabanastis. Es ist ein Wupport, die von uns vergewissens sind. Die Flügel sind auf dem Weg, wenn die Flügel aus dem Zitzen gegründet ist. Das ist so ein Wupport. Ich denke, dass die Flügel der Flügel der Flügel nicht so sein können. Die Flügel ist der Flügel nicht so schwer, aber das wird aus dem Fall die Flügel nicht so sein. Sie müssen sie verhindern, dass die Flügel nicht so sein können. Nämlich auf dem Selbstverkommige Flügel nicht so sein. Es ist ein Wupport der Flügel nicht so sein. Das ist die Flügel nicht so sein. Es ist dann schon ein Wupport von der Flügel nicht so. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn von Geese geholfen und verabschiedet ihn. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ja, ich bin ein Freund von Geese. Ja, Geese wird die Läufer zurückgebracht. Ich würde mich über die Viergeleiterung anbieten. Ich würde mich über die Welt zurückkehren. Ich würde mich über Dr. Seed kommen. Ich würde mich übernehmen. Ja. Ja. Ich habe es einen kleinen Hügel, wenn du den Hügel aufhörst. Ich werde es dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Schlachtschiff, Leviathan. 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 Der Darmuska ist für die neue Reise. Aber wenn man keine Begräte auf dem Namen der Reise und die Menschen mit einer Verkaufung und der Verkaufung, dann kann man eine Verkaufung für die Verkaufung erneut werden. Wer ist der Weg zu Bain? Er hat einen von Laminas-Pheraum, der der Mähen von Laminas-Pheraum. Er hat mich, dass er an den Darmuska-Pheraum, Ich bin mir geholfen, was ich zu mir geholfen. Das ist ein Zeug von der Darmuska-Oge. Das ist die Verlust des Geheimen. Das ist ein Zeug des Herrn. Ich weiß nur, dass ich das, was ich. Warte! Ich bin mir, wenn ich mich, weil ich mich nicht zu tun, weil ich mich nicht zu verletzen! Das ist das, was ich für die Geheimnis. Das ist das, was ich. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Halt! Ah, was das? Das ist ein Lieblingshof. Hey, hey! Hahaha! Das war schon. Wir haben bereits vorbereitet. Das ist gut. Stop! Ja. 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 Im Ansonsten, es ist nichts. Das ist kein Verwanderer. Das ist der Klug. Das ist ein Verwanderer. Das ist eine Auslegung. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah... Ich habe mich nicht verletzt, was ich nicht? Geh auf dich, bitte! Nein, es ist nicht mehr die Arbeit. Es ist alles nicht. Ich habe mich nicht verletzt. Wie ist es, Herr Schultz? Es ist alles ein Problem. Das ist das denn, ob ich so. Wie ist das? Oh mein Gott! Ha ha ha. Ich glaube wir sind hier mit einem niedrigen Level drin, oder? Ich glaube wir sind hier mit einem neuen Level drin, oder? Oh... Hm, okay. Ah, warte. Äh... Hm, okay. Hm, bis dieser Spielabschnitt erforscht und beendet ist, kann dieser Ort nicht verlassen werden. Ja, deswegen nehmen wir eine neue Datei an. Ich glaube, ich habe gerade kurz einen kleinen Leck. Moment, ich gucke mich gerade mal kurz rum. Äh... Ja. Warte, ich gehe kurz weg. So. Okay. Ich hatte diesen Soundleck irgendwie gehabt, gefühlstechnisch. Ähm... Ja. Ich weiß es, was es da? Warte, mal kurz. Hm... Warte mal, wir sind vorliegen sonstigen. Bis zum Prometen. Es ist schon mal die Spiele auf den 도deckung, wie bei einem Elen die Ecken. Es kommt an der Schuss. Es ist ein Geräusch. Es ist ein Geräusch. Es woher drinnen die Er governor vorankert. Es ist ein Geräusch. Wenn man das vorliegen, sind es von den Riepen in der Reginen. Okay, also wenn wir Level wollen, dann einfach durch die Dinger laufen. Okay. Okay. Okay, das ist ganz gut. Hehehe, da kommt es mal angetackt. Okay. Äh, Augen getroffen. Yep. For you. Okay. 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 Okay, jetzt kommen wir doch wieder zurück. Ein bisschen da lang. Ein bisschen Level hier. Okay. 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 jetzt hätte ich noch nicht ja 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 wenn ich schnell war da kommt die gar keine chance auf zu preußen ja warum ich will sie läppeln wieder gesichert ja komm Here they come. Schon ein bisschen lustig. Nein, da habe ich noch nicht gehört. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja. Bisschen viel noch, ne? 19. Hm. Hat er wenig HP, wenn du mich fragst. Wow. Jetzt durch die Gang, jetzt kommt es. Altier ist aufgestiegen. Kommt da endlich mal einer. Wollte ja nicht. Aber durch. Okay. Ich glaube, die haben einen Cooldown, die Wachen, oder? Das sieht einfach nur verscheuert aus. So. Ach, der Kunde kommt. Hallo. Hier sind wir. Hier sind wir. Hallo. 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 Hier. Hier. Ja. Ich weiß. So, und überschreiben. Okay. So, dann wieder durch die Tür. Okay. Ach du, was? Komm mal 치�ern. Wir haben, warum geht das? Ich spoße. haben wir uns kommt meint ich war ja ich will sie level hier meine herren ah es sieht schon besser aus ok Ah, Echo-Kraut? Nein. Ne, da war zu viel. Was? Lecker. Lecker. Die Seminar steht nur autorisiert und Personal zur Verfügung. Wird das System gerade einschieben? Schieb es rein. Schieb es rein. Einfach von hinten weggerannt. Weggenatzt. So, da kommen wir da hier. Ah, die andere Seite. Oh. 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 ok, bisschen mehr auf dem Boot hier schon aber trotzdem wie bescheuert warte mal, das ist die Mitte, ok da wieder hin, oder? uuuhu, ok, kommt schon ein bisschen mehr ja ok Okay. ich habe schon wir kann mal ordentlich dabei aus 15 16 noch nicht 13 noch nicht sich den level auch noch ein bisschen alle protesten ein bisschen blind na toll über die augen trocken auch noch ein bisschen hallo hier bin ich weisen kürz im jahr was kann man ein bisschen mehr drauf schon wieder blind hat zwar aufhören okay da ist noch einer okay level 14 weiß immer noch nicht wir brauchen noch ein paar level kann wieder alarm auslösen da hallo ich glaube zu spät ich glaube dir nehmen den job nicht so ernst oder die bachleute hier und alarm ausgelöst wieder hallo wir sind hier kommen sie her hier werden sie auch erschlagen okay okay wie viel und immer noch so viel um hier ein Doch. Ist halt nicht unten rum, ne? Äh, ist er, ist er. Ne, andere Seite. Äh, nicht da. Ne Quatschnadel, nice. Äh, warte. So, das Terminal können wir ja nicht nutzen, weil wir die Karte ja nicht haben. Ich glaube, der wird zurück. Und jetzt? Oh, da sind wir. Oh, warte mal. Wir waren noch gar nicht da oben. Auf der einen Seite haben wir noch nicht aufgeräumt. Oh, du bist doch nochmal zurück, ne? Zurück. So. So. Wurde, dass die... Wurde sie hier respawn. Äh. Da. Wurde fährt sie Gill. Na, das ist doch nice. So. Ähm. Wie kommen wir denn da hin? Das, das, das. Ja, können wir da gerade ausgehen. Wie lang? Ja, gerade aus. Äh. Ja, gerade aus und dann rüber. Hallo. Ich bin hier. Kommen sie her und sie werden erschlagen. Da, da kommen sie. Sehr schön. Oh, ich finde das witzig. Wow. Gut, am Ende kommt noch einer vorbei. Hä? Oder was? Oh. So. Ja, gut. Wir können einfach so, ich hier, das ist... In unserem Level packen wir die. Na, da kommt die nächste. Habam. Next. Oh. Weil die alle durchgegangen sind. Oh, Mann. Bläh. Bläh. Weg. So. Ähm. Genau. Nö, kommt keiner. Interessiert sich keiner dafür. Äh. Schneefang. Schneefang. Das sind das. Rundsichtelstein. Ja, okay. Den haben wir jetzt. Den anderen haben wir verschont. Den Maginid. Schlangei-Schattenschein. Schwigkeiten. Wind. Stille. Ah, das haben wir auch schon. Okay. Klar. Schneefang. Er teilt Kälteschaden innerhalb des Arjals. Ja, das war klar. Äh. Zauberer Pflege. Seel. Lässt Gefährten innerhalb des Arjals. Mal reflektieren. Wäre das natürlich nice. Nyaum. Nyaum. Hm? Ist ja gar nichts. Was war so das hier? Ein Hinweis ist neben den Schalter zu sehen. Was lesen. Achtung. Wenn Ausnahmezustellen ist, dieser Schalter deaktiviert. Schleuse entriegeln. Schleuse im Subkontrollraum wurde entriegelt. Nice. Wo ist der? Ach, da. Subkontrollraumschleuse. Hm. Trauen wir uns? Ich glaube, wir trauen uns, oder? Ah. Let's go. Ja. Da ist ein paar... Flechbüchsen. Okay, der hat Brotus. Das ist ein Schatz. Scherzlchen. Komm sie mal her. Eine Wiege. Oh, toll. Jetzt habe ich sie auch noch gekauft. Na mal. Wehe, alle Markus. Let's go. Let's go. Oh, Akku. Ja, ich weiß. Ähm. Du hast eine 50er-Jährige... Du hast eine 50er-Serie vollbracht. Ja, easy, ne? Ja. Aber ein bisschen Levelfeuer. Ich hoffe, der Level reicht auch dann. Äh. Warte mal. Jetzt, Terminal. Dieses Terminal steht nur autorisierten Personal zur Verfügung. Die Systemkarte einschieben. Ich schiebe dir auch gleich was rein hier. Hm. Hm. Da war alles schon drauf, ne? Let's go. Ah, ich muss das sowieso hin. Okay. Hinweis. Achtung, in Ausnahmezuständen ist dieser Schall deaktiviert. Ja, das war. Okay, entriegeln. Okay. Schall zu machen, der wurde entriegelt. Okay. Angerschleuse. Okay. Okay. okay das ist ein sack eine brust erhalten nice da wollen wir noch nicht hin aber noch nicht wie gesagt kommt level 14 immer noch ich sehe Panger genau Panger war das Okay. Okay. Das war scheiße. Das war scheiße. Oh. Alle blind. Da könnte es ja irgendjemand weg. Oh man ey. Bandsplitter Verfehlt Dammit Ich hätte mir doch noch mal ein paar Augen drauf gekauft sollen So Was geht hier ab? Was ist nix los hier? Wie geht's eigentlich aus? Ah Lizenzen 195 Okay Ja das bringt uns nix weil wir kein Schwert davon haben Da 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 390 Oh wir haben doch hier ein Dings hier Potion das bringt hier was Achilles Jaaa Jaaa Pfff 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 So Aber das ein bisschen besser C'mon 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 Bisschen durchschlag kraft mehr C'mon 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 Bisschen durchschlag kraft mehr C'mon 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 Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Pian, Faura-Liebzerns Beobachten schlechtkeitsigenz hätte ich auch gerne noch mal aber leider nicht dabei eigentlich machen aufholzen das können brauchen okay wir müssen wieder sparen kann so ein bisschen mehr austeilen wir gehen aber noch ein bisschen hier rum und sparen ein bisschen ja das kann man sehr schön ok wir teilen besser jetzt aus das ist gut toxin wieder war text werden ich habe okay wir haben noch kein noch nicht dann brauchst noch 2000 noch was sie mit dem skill mitte er auf haus punkte mit doppelte xp oder sowas was macht ihr überhaupt wenig ich bin so lustig wenn einer angedackelt kommt ich bin schon wieder blind gemacht was für eine sauerei 2 mit toxin das ist nicht gut ja schon wieder blind all diese mist ich habe noch zwei augen kommen jetzt noch eins potions gut get all okay gut Oh ich bin so ein bisschen das Lied Nice Nein, Bran ist auf 17 Da kann man auch aufleveln, ja? Okay, tun wir doch grad mal Geht doch Na? Hatte keiner Lust gehabt Dann kommt wieder einer 53er Serie Wollt ihr auf 16 Nice Oh, da ist was Danke Da hinkommen sie Und kein einzelner So Bevor der Blitmann kann wieder Okay So Go 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 One der Dester Blah Blup 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 da hat die schweiz noch ein paar runden dann haben wir level 15 sie kommt das nächste an ich brauche ich wieder eine waffe wo ich einmal drauf und die sind stumm marcus dinge ein bisschen auf die nüsse eben nein mein letzter Letzte Augen tropfen. Okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Aua. Alle, beide. Okay. Oh, wir kriegen keine Pages mehr. Ich hab ein bisschen viel da. Können wir gleich mal nutzen hier. So. Wir brauchen noch ein bisschen. Frostbocken können wir ein bisschen brauchen. So. So, ich würde sagen, wir machen noch bis... Ja. Einmal kann man machen. Na komm. Da kommt der Punkt. Tada. Ich steh mal rein, ne? Äh, drinnen. Ah, schon wieder blind. Junge, ich kann... Ich hab nix mehr. upkro limited. So. So. Letzte di год. So. 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 Kommt kein Ruderpunkt an, gedackelt. Oh, fehlt. Die steht da mit drin, oder durchgegangen. Ah, der kommt da an, gedackelt. Äh, warte. Ja, das... Wir könnten aber zurücklaufen mal. Äh. Nein. Äh, nein, nicht da hin. Äh, andere Richtung. Doch die Richtung? Doch die Richtung. Mal zurück zum Speicherkristall. Und dann, äh... Meine Wege erhalten. Toll. Phoenix Wähler. Toll. Oh. Oh. Hm. Hm. Ich muss hab die anderes. Darunter. Ja. Blä. 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 Na. Wir sind keine roten Punkte angedackelt. Schade. Äh. Hier sind wir. Hier sind wir. Hallo. Ah jetzt. Halt. Holste Taste. Hm. Schade. So. Hier müssen wir durch, ne? Ja. Okay. Eisencuras. Hm. Na. Kommen sie her? Nö. Haben keine Lust mehr. Äh. Ja. Ich bin zwar nicht da unten. Äh. Das ist unser Auto. Da unten. Mö. Gut, er ist hier. Mö. Hallo, Melanie. ich brauche augentropfen hallo und gibt mir augentropfen boring ja gut speichern wir hier ich weiß wenn man da hinkommt kommen wir zum boss haben und auf den habe jetzt noch an ich weiß nicht ob ich den packen überhaupt 15 16 da will ich demnächst auch probieren dann lizenzen haben wir auch ordentlich gesammelt ist auch gut vielleicht mal zwischendurch mal ein bisschen löffeln vorher noch zumindest auf 19 kommen die jungs und mädels hier ich glaube ja nicht mal gucken ja dann stürmer den nix dann hier die brücke wohl oder ja ich denke mal dass das sind ich weiß es nicht naja jedenfalls werden wir dann demnächst einmal vorbei rennen und da habe ich aufräumen und zu müssen durch noch ein bisschen mitleveln auf den weg dahin auf jeden fall oder weil ich jetzt überlegen wollen wir doch jetzt kommen aber nächstes mal genau dann sage ich schon mal auf youtube tschüss schon mal und wir sehen uns dann nix dann nächsten folge von ein fancy 12 wo wir dann die brise retten eventuell mehr dem ob unser level reicht oder nicht schauen wir dann gerne like da lassen abonnieren etc bitte auf die neue landseite natürlich und dann